19 19 wieder so um sorry fängt schon gut an ja wieder bei hier einst im barbar und ja ja wieder darauf aufmerksam gemacht die ganzen erfolge sind natürlich hier auch in den herausforderungen zu sehen wie jetzt hier mit meinen schatzkorblinze 83 von 100 also wo mich jetzt mal denken wir nicht nur ein umhaut dass es nicht plopp macht weil wie man sieht fehlen noch 17 unter anderem ja aber macht ja nichts weiter geht es natürlich hier jetzt mit den portalen ja diese dinger ja bestanden leidenschaftlichen aber mittlerweile schon ein paar mal umgehauen mit dem fangen wir gleich wieder an insgesamt brauchen wir auch noch 500 diese kopfgeldmissionen momentan müsste ich glaube ich bei 141 oder sowas gewesen sein so wenn ich das jetzt noch weiß also außen da noch ein paar zu machen aber ich habe natürlich auch noch drei komplexen mit denen ich spielen muss na also von daher geht das schon noch ein bisschen und ihre letztlichen vorher noch komplett überall gegenstände der stufe 70 legendaries dem blästift ja das werde ich dann logisch auch durch die ganzen kopfgeldmissionen holen dass ich da dann die letzten bis zu den 500 machen kann so ist der plan das geht noch nicht eigentlich so wie schande leidenschaftlichen auch sehr schön nicht genug machen wir den natürlich mal müsst ihr ja da ist er sehr schön genau das war es ja schon mal perfekt warum nur noch jede menge gegner 42 von 100 also ich bin jetzt mal gar nicht geguckt ach guck mal an ja da gibt es schon eine rune na klar mal die hälfte von dem egal machen wir kurz noch mal weiter ich meine eine rune ist natürlich besser egal keine na scheiß drauf bin ich so das hier mal kurz noch einmal weil diese vereisungsfuzzis sind darf ich da ist schon was neues zwar entschwert kacke aber ich glaube nicht die 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 m die genau jetzt ist es auch hallo da ist das eine als nichts ne gott sind auch keine 50 schade jetzt ist das teil ja fertig geschmolzte lava dann nehmen wir natürlich das wie gesagt besser wie mit nichts so 63 64 65 wäre natürlich noch geiler aber ich denke mal nicht dass ich das erreichen werde hier oder zeugs vergessen einzusammeln gibt es ja nicht das bei mir auch noch ich vergesse was einzusammeln ja ja passt Ah ja, das ist das Lava-Ding. Nicht schlecht, sieht gut aus. Perfekt, das war's. Ja. Alles klar, Abflug. Das war der Tier. Kurz vor 63. So, was haben wir hier noch? Tötet Glutschrecken. So, und 50 Gegner. Na? Nicht genug Wut. So, Glutschrecken ist an der 2. Mösch. Hm, nein. Hier wohl nicht. So, ob ich hier hinten noch irgendwo? Hm. Na, komm schon. Ja, das zeigt man dann. Ist das hier unten? Kommt das hin? Ja. Ja, ja. Das passt. Dieses dämliche Schlirma. Das geht noch nicht. Ich kann nichts mehr aufheben. What? Hä? Gott. Kurz vor nochmal zurück in die Stadt. Ich glaube, ich habe mittlerweile auch viel zu viele Diamanten dabei oder so einen Scheiß. Das heißt, was nochmal? Ach, das ist Zweihand, genau. Schade. Nee. Gut, für ihn vielleicht. Nee, 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 nee. Ja, das hier. Ja, ne? So, dat, dat, dat. Probieren wir ja nur noch für ein paar Gegner. Bäm, 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 bäm. Tja, 19 noch. Ich will mit meiner neuen, jedes Mal. Ach, lol. Das sind sie halt auch als Gegner. Okay. Nice to know. Nehmen wir die meinem Ex-Smile mit. Ich wollte gerade sagen, habe ich den jetzt in den Flug erwischt oder was. Das ist ja doch irgendwie komisch aus. Nicht genug Wurf. Ach, mein. Hoppala. Das hätte ich mir jetzt sparen können. Da, da habe ich noch den hier, ne? Ja. Und 63. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Neu-Rune für Erdlutsch. Äh, Erdlutsch. Erdlutsch. Erdrutsch. Mann. So, was ist das hier? Abklingzeit wird durch das Verbrauch von Wutpunkten schnell reduziert. Hm. Näh. Nee. Ne. Also entweder das hier oder wirklich das hier. Hm. Gut, wenn ich das nehme, dann kann ich halt weniger das Schmetter nehmen. Ach nee, scheiß drauf, das ist das mal einfach so drin hier und gut ist. So, weiter geht's. Ab zum nächsten. Gequält Engel. Tö, die Dämonen, die folgen den Engel quälen. Ah, wir müssen ihn natürlich wieder finden. Das könnte man das auch so machen. Gott, hier ist nichts. 0 von 5. Hm, hm, hm. Ach, guck mal, ja. Tarsin. Dein ist das erste, ey. Andariel. Ui, 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 der Klassiker. Weiß nicht, ob die noch kennen, ne? Diablo 2. Andariel. Ja, müsste, glaube ich, der erste Boss gewesen sein in Akt 1. Also der Endboss in Akt 1 herum ist richtig... Weiß nicht. ... zu примерно wo jetzt die die dd 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 Oh, halt. Moment. Die gehen wir noch mit. Mann. Immer das Wettgerinne hier. Bleib stehen. Ich bin überlastet. Ich muss zurückgehen. So, schmeiß aber gleich mal hier die ganzen Edelsteine weg, weil das kann doch wenig sein, dass da hier nur so wenig geht. Hä? Wär da was für dich? Nee, auch nicht. Das ist ein Heldenschrott. Genau. 20, äh, nee. Da ja, 52 von 60. Upala. So. Dann machen wir jetzt auch noch das hier weiter. Da haben wir nichts. So. Na klar. Und das hier noch. So. Inventar 20. Das sieht ja schon besser aus. Voila. 19. Gut, ist dann relativ egal. Ach, wirst. Halt. Jetzt haben wir hier den Traktor wieder nicht ausgerüstet. Ja, jetzt auch. So. Genau. Weiter geht's da hin. Jetzt können wir auf jeden Fall wieder mehr Zeugs mitnehmen. Schon besser, schon besser. Patsch, 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 patsch. Patsch, 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 patsch. Schon, wo sind die nächste hin? Wahrscheinlich gehe ich weiter, oder? Ja. Da sind sie. Ähm, ja, gehen wir so hoch. Was weiß. Äh, der unten ist näher. Mist. Das geht noch nicht. Die, 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 die. Metzl, Metzl, Metzl. Sehr schön. Gehen wir gleich hier weiter. Ja, und da nur noch hoch. Hm, hm, hm. Ja, ja. Kein Problem, Digga. Ich brauchte mehr Zeit. Ich brauch ein Boot. Oh, nö. So, alle klar. Ja. Oh, man. Genau. Genau. Perfekt. Das Teil ist auch fertig. uter ist ja noch hoch. Ich. Mit Ninja. Oh! Ich glaubuto, wenn ich kann. Das ist ungefähr wirklich nicht knapp. Ich mein ich bin ein Smartötter. Statt lang tut. Ja, die rote App trekiviert. Wir hauen immer mal. 실 Gaert ein classes��er! Das wird bzw. das. Ja. Ich check wieder gar nichts mehr, einfach mal irgendwo hinrotzendes Zeug hier. So, da 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 da. Ach scheiß drauf. So, die Auflucht zur Ruhe. Zack, wunderbar. Du, wie viele Gegner ja wieder ist, scheißegal. Nee. Hauptsache, die sind tot. Ja. Ach, die Uhren habe ich schon längst. Noll. Geschossen. Oh, das hier ist besser. Schlechter. Das hier ist besser. Schlechter. Schlechter. Hä? Also. Ja, was weiß. Ist besser. Klar, das war's. Abflug. Wieder zum nächsten. Na, 64 auf jeden Fall. Das geht. Tötet wen? Scheiterhaufen den Verdammten. Okay. Tötet Scheiterhaufen. Ach, guck mal an. Ach, guck mal an. Aufstehen. Hä? Wo läuft denn der? Wo läuft denn der? Aha, erwischt. Sehr schön. Oh, scheiße. Ich brauche mehr Zeit. Hm. hm so, mann, 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 mann so war es ja wieder da hinten ne ja, da hinten ne, wenn die ein bisschen steigerung nehmen wir das nicht sonst hab ich viel zu wenig damage genau ne, die also gleich mit genau ach der hier ja, 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 ewigkeit des feuers du denn level up perfekt so, das ding ist nochmal besser zwei Hand fuck egal noch zwei Gegner du 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 sehr schön genau, das war's ne ne so, jetzt da die haben wir zerlegt cool ja, ist auf jeden Fall bisher der schnellste Run ne, und ich mein mit dem Barbaren oh, da ist umhangen, umhangen, hä lol das stimmt wieder für ohne eine Klasse, die ich je nicht nutzen kann ja, das ist auch nur der Mondjäger sehr schön zum Glück sind wir mit dem auch komplett fertig und das wäre eh auch hardcore, also wäre es eh nicht gegangen egal ich schmeiße da mal in die Truhe so, das eine geht da nicht ja, oh, was anderes passt aber nicht ne der hat's irgendwas noch brauchen nein Gott Scheiße verkaufen so, perfekt ja, die fünf sind wieder fertig und, ja dann sag ich mal vielen Dank für's Zuschauen ne, bis zum nächsten Mal wenn's definitiv 65 und ich schätze auch mal 66 geknackt wird und, ja, also Endsport Schuhe 70 ich hoffe, ihr seid wieder dabei bis dahin, ne ich wünsche euch einen schönen Abend Servus und Ciao